Wir sind wieder mal im schönen Thüringen unterwegs und wir sind natürlich auf dem Weg in eine Schiefergrube in einen Stollen und ich bin natürlich zuversichtlich dass wir ihn finden dass wir den Eingang finden das glaube ich schon ich weiß zwar nicht aktuell wo genau der steckt aber das finden wir schon Man spürt schon den kalten Luftzug aus dem Stollen und wie kann das noch sein haben wir schon einen gefunden wir haben schon einen Stollen gefunden wollen wir uns natürlich mal anschauen was es da drin so zu entdecken gibt hier haben wir einen Stollen entdeckt der leider eingestürzt ist ich weiß nicht ob man das sehen kann der Stollen ist leider etwas verfallen wir werden mal schauen ob wir noch einen anderen finden aber ich bin mir ziemlich sicher so der Stollen war leider zu verfallen aber ich habe schon einige Wege entdeckt wo man noch höher gehen kann und da werden wir natürlich mal noch ein bisschen höher gehen es ist natürlich immer sehr sehr interessant es wäre natürlich auch immer vermute ich immer wieder Stollen einstürzen das ist leider mit der Zeit so das war quasi die untere Sohle und wir gehen jetzt praktisch auf dem Weg so hier sind wir wieder auf dem Hauptweg ist das so ihr so 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 Untertitelung des ZDF, 2020